Die Sache Jesu braucht Begeisterte, sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien. Hallo, mein Name ist Gabriele Weibel und Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Lüdenscheid ist meine Welt und so ist es mir ein Bedürfnis, den Auftrag Jesus in der Pfarrei St. Medardus zu leben. Lüdenscheid ist meine Welt und so ist es mir ein Bedürfnis. Lüdenscheid ist meine Welt und so ist es mir ein Bedürfnis.